Ja, die Bullensaga geht weiter, könnte man meinen, zumindest mal bei Blick auf den DAX, es sei denn, man guckt ganz ans Ende, dann sieht man, naja, ist das wirklich so überzeugend, die letzten Stunden ging es ja eher dann doch nach unten, ja gut, was wollen wir erwarten, es bleibt bei dem Bild, wir müssen früher oder später davon ausgehen, dass wir mal einen etwas größeren Rücksetzer haben als Orientierung, das muss nicht so groß kommen, aber als Orientierung solltet ihr diese Linien hier im Auge haben, nicht so sehr die untere, die 78, die wäre überhaupt kein gutes Zeichen, aber wenn wir irgendwo ein bisschen diesen Rahmen gehen oder zumindest mal in die Nähe der 38er, dann sollte uns das nicht wirklich schocken, das kann durchaus eine ganz normale Korrektur sein, besonders schön ist natürlich gerade, je höher wir überschießen, desto weniger gerne hätten wir nämlich gerne eine Überschneidung, das wäre immer ein ganz gutes Zeichen, das muss nichts bedeuten, warum nicht, die Überschneidung kann ja durchaus durch eine interne Welle sein, sprich, dass wir da irgendwie jetzt auf einem internen Wellenast sozusagen sind, das ist schon in Ordnung, aber Rücksetzer dieser Art, also sollten wirklich niemanden jetzt verrückt machen, insbesondere wenn das schön korrektiv aussieht, also je mehr es so wackelt, desto deutlicher ist es, eine ABC ist grundsätzlich genauso gut, aber bis zu diesem Zeitpunkt wissen wir ja noch nicht, ob es eine ABC wird oder irgendwas, was dann doch noch beschleunigt nach unten geht, also die Entscheidung wird nicht hier gefällt, das ist übrigens der Grund, warum wir hier erst triggern, viele fragen ja, warum gehst du denn nicht da unten rein? Ja, da unten weiß ich doch noch nicht, ob ich das kriege oder ob der Aufwärtsarm kommt, aber mit Bruch dieser Marke steigt die Chance dafür, dass der Kurs als nächstes nach oben geht, enorm, nicht auf 100%, aber enorm, warum nicht auf 100%, das haben wir jetzt zufällig gesehen, also passt hervorragend beim Nasdaq, denn da haben wir genau diese Überlegung mal angestellt, da haben wir gesagt, hey, er ist runtergekommen, wackelig, wenn er jetzt hier triggert, ich muss lügen, ich weiß gar nicht mehr wo, ich glaube hier war unser Trigger, das muss ich jetzt raten, aber spielt auch gar keine Rolle, also der etwas weniger, der defensivere Trigger wäre hier, der ist glaube ich nicht mal getriggert worden, der aggressivere Trigger war wohl dieser hier, genau, und der hat halt nicht ganz gereicht, tja, das klappt ja gar nicht, naja, dieser Trade, wir hatten es ja schon angedeutet, ist eher etwas, was auf das CRV zielt, nicht so sehr auf die Trefferquote, denn dieser Rücksetzer ist ja auch noch eigentlich zu klein, wir machen nochmal unsere Messung, und ich sage ja immer 38er Marke, wäre schon cool, wenn er die erreicht, und die hatte er hier nicht erreicht, es ist kein großer Abstand gewesen, insofern war das durchaus ein Versuch wert, zu sagen, Mensch, kommt da nicht nochmal das, aber das Ganze lebte davon, dass man so viel riskiert, um gegebenenfalls so viel oder mehr sogar noch als das zu gewinnen. Jetzt sind wir auf dem besten Weg, eben nochmals runter zu kommen, das ist wie gesagt auch gar nicht so untypisch, denn eigentlich sollten Korrekturen gerne so in diesen Bereich, in diese Zone gehen, also 38, 20, 50, 61, 8, und da sind wir jetzt bestens auf dem Weg, damit kristallisiert sich sogar schon der nächste Trade raus, nämlich, wenn der Kurs abermals hier das triggert, das hoch, das letzte, was wir hier heute Mittag hatten, dann ist es eine sehr, sehr realistische Chance, dass der Kurs dann im Nachgang sich nochmal deutlich weiter nach oben entwickelt, und wir haben quasi eine ähnliche Situation wie bei der ersten Annahme, nämlich ein sehr großes Chance-Risiko-Verhältnis zu unseren Gunsten, und dementsprechend ist das ein möglicher Trade für all diejenigen, die sagen, ich nehme das in Kauf, dass ich notfalls eine etwas schlechtere Trefferquote habe, wenn es höher ist, wenn er aber hier tatsächlich diese 38, jetzt habe ich sie gerade wieder weggelöscht hier, wenn er diese Marke erreicht, das tut er jetzt, damit sind wir in einem typischen Rücksetzerniveau, und damit würde beim Trigger hier die Chance deutlich steigen, dass es dann eben auch weiter nach oben geht. Ja, kann man ja nicht hier schon long gehen? Nein, würde ich auf keinen Fall machen. Ja, warum nicht? Du hast doch gesagt, es geht nach oben. Nein, das ist eine Fehlinterpretation. Ich sage nicht, dass es nach oben geht. Ich sage, hier haben wir ein Niveau erreicht, also innerhalb dieser Zone, bei der eine Korrektur gerne endet. Aber ob sie endet, das sagt der Trigger, nämlich sprich der Bruch dieser Marke. Denn wenn der Kurs jetzt nach unten durchfällt, wird man im Zweifelsfall sagen, wieso, ist doch ein Klassiker hier vorne so ein bisschen Leading-mäßig, dann hier ABC hoch, zack, und dann das, und der Kurs nach unten. Das ist zugegeben nicht mein präferiertes Bild. Ihr habt das schon am Wort Leading gehört, denn Leading sind statistisch gesehen nicht so häufig. Sie kommen in 15 Prozent der Fälle ungefähr vor, also unter 20 auf jeden Fall. Also es ist wohl eher vernünftig, davon auszugehen, dass all das, was wir im Moment hier in der Abwärtsseite haben, eher eine Korrektur ist und nicht so sehr der Start eines neuen Bullenmarktes. Also ich bin nicht so super erpicht, jetzt auf die Short-Seite zu gehen, es sei denn auf einer sehr kurzen Ebene, wenn ich hier jetzt sowas sehe wie Schub runter und dann hier wackele ich nach oben, ja gut, dann kann man gucken, ob man da nochmal shortet. Wenn man das hier nochmal will, um den letzten Rest auch noch mitzunehmen, falls sowas passiert. Das weiß ich ja nicht, aber wenn sowas passiert, das kann man sich dann überlegen. Aber wir sind dann hier im kleinen Bild, das heißt, wir reden hier von übersichtlichen Laufweiten, nicht mehr so sehr fürs Große. Also ihr seht schon in etwa, worauf das hinausläuft. Ich will gar nicht so sehr auf die anderen Indizes, ich will nochmal eine Minute nutzen, auf zwei Sachen noch hinzuweisen, nämlich auf sowas wie Cluster. Wir können zum Beispiel jetzt ausgehend von diesem Tief mal eine Extension zeichnen und mal gucken, ob das in irgendeiner Form clustert. Wir sehen die 127er, liegt exakt auf der 38er Marke hier. Das ist um Himmels Willen kein Beweis dafür, dass der Kurs da dreht. Es ist aber ein Zeichen, dass wir hier eine relativ gute Unterstützung haben und der Kurs oder sagen wir so die Marktteilnehmer hier besonders drauf gucken, wollen wir drehen, wollen wir drehen und wenn sie es tun, ist es fraglich, machen sie es wackelig oder machen sie es stattdessen mit einem Schub. Das heißt, das ist so eine typische Hinguckzone. Die nächste wäre dann ungefähr hier beim Future ist das um die 16.100, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, das ist die 161er und die 50er. Auch hier ist das keine Garantie, dass der Kurs da dreht, sondern es ist vielmehr so ein Indiz, dass irgendwo in diesem Umfeld, wo viele Linien sind, ich habe mal dieses gemessen, hier nochmal angelegt, das passt auch genau hin. Also ich sage mal, hier ist ein klassisches Unterstützungsniveau, so ein typisches Unterstützungsniveau und wir wollen jetzt mal gucken, ob der Markt in den nächsten Minuten, Stunden, je nachdem, hier einen Dreh hinkriegt. Also machen wir hier, räumen wir mal alles auf, ne auf der Seite räumen wir mal alles auf hier und hier kommt es jetzt drauf an, was kriegen wir hier? Kriegen wir Modell A, das heißt, es geht doch nochmal ein bisschen tiefer, nächste Station um die 16.100, das ist ein bisschen Größenordnung, da ist nicht jetzt so viele Markencluster-mäßig beieinander, aber immerhin so ein bisschen was ist da zu sehen. Oder kriegen wir, also das sähe dann zum Beispiel so aus, kann auch kleiner sein, muss jetzt nicht so ausgedehnt sein, aber vom Verhaltensmuster, oder bekommen wir jetzt sowas, idealerweise sogar mit anschließend sowas noch, während es hier im Hintergrund gongt, nicht irritieren lassen. So, das heißt, wenn das hier als nächstes von dem Tief kommt, dann ist es so, ah, das hat sich etabliert, das heißt, wir können eventuell sogar nicht nur auf diesen Einstieg hoffen, hier von heute Mittag das Zwischenhoch, sondern wir können sogar das gleiche Prinzip hier nochmal machen, nämlich Schub hoch, wackelig runter, Zwischenhoch hier als Trigger nehmen und dann hier schon reingehen. Also, spannende Situation, die wir hier kriegen und ob er hier dreht, das weiß ich genauso wenig wie alle anderen Menschen, das sagt auch der Chart nicht. Es ist nur so, dass viele halt da drauf gucken und deshalb lohnt sich da der Blick doppelt. Man muss sich nicht auf diese Linien verlassen, aber wenn man schon so ein Angebot bekommt, ja, guck halt mal drauf, ja, dann macht man es halt auch ganz gerne. S&P ist grundsätzlich ähnlich, nur dass das noch ein bisschen hier steigend ist, wackelig irgendwie runter, wackelig irgendwie hoch, nochmal runter, ist eh eine Korrekturform, die einige von euch überhaupt nicht kennen. Man nennt sie auch eine Seitwärtskorrektur, das ist das Gleiche, was wir hier im Corona-Crash ganz groß hatten, beispielsweise. Das ist etwas, was es natürlich immer wieder gibt, hier auch beim Dow Jones. Sowas kann hier auch nochmal passieren, ob das passiert jetzt, das sehen wir dann mal. Im Moment ist es so, dass der Dow Jones zumindest mal erstmal positiver gestimmt ist und vorläufig diesen Rücksetzer wohl noch gar nicht anstrebt. Lassen wir uns da also mal überraschen. Und im Moment offensichtlich der Wechsel, nicht so sehr auf den Hightech-Titeln, sondern eher auf den Standards. Mal gucken, ob das im Laufe des Nachmittags nochmal dreht. Ich hoffe, dass es euch ein bisschen was bringt, die Ideen, was wir gerade angeguckt haben. Ich drücke euch die Daumen für eure eigenen Handelsentscheidungen und sage ganz liebe Grüße. Wir sehen uns bei Jahren haltet isso. Und so geht mal nicht mal gutательно, Ich gehe, wir sehen uns zu Administration,